Hallo, mein Name ist Caroline Link. Ich bin die Regisseurin von Exit Marrakesch, der am Freitagabend das Mönchner Filmfest eröffnet. Ich freue mich wahnsinnig hier zu sein. Ich sehe es als eine große Ehre, dass unser Film das Festival eröffnen darf. In dem Film geht es um einen 17-jährigen Jungen, Ben, der seinen Vater in Marokko besucht, der keine besonders gute Beziehung zu seinem Vater hat, abhaut, irgendwo ins Land und der Vater muss den Jungen wieder einfangen. Und auf dieser Reise quer durchs Land Marokko lernen wir beide sich ein bisschen besser kennen. Falls ihr ihn sehen könnt, viel Spaß!